Spaltung, Fraktionierung, Entfremdung. Oder wird nur alles umfangreicher? Ich beschreibe hier oder versuche zu beschreiben in diesem Audio diese Begriffe Spaltung. Wir kennen das aus der Psychotherapie. Also jemand, der gespalten ist, ist zum Beispiel schizophren. Der ist sich gar nicht darüber bewusst oder im Klaren, dass es seine eigenen Gedanken sind, die auf ihn von außen, vermeintlich von außen auf ihn eindringen, dadurch laut werden, problematisch werden und schwierig werden. Also jemand, der gespalten ist, der ist nicht in seinem ganzen Bewusstsein, also nicht in einer Einheit von all dem, was wir mentalerweise, wenn wir es jetzt von der mentalen Seite aus beschreiben sind. Fraktioniert ist eben jemand, der auch tatsächlich geteilt ist. Da ist etwas fraktioniert. Nicht fraktioniert bedeutet einfach, da ist ein Stück und dort ist ein Stück, da ist ein Teil und hier ist etwas anderes. Eine Fraktion, wenn wir das jetzt parlamentarisch denken oder das Beispiel dafür suchen, die Fraktion einer Partei, dann gibt es die Fraktion der anderen Parteien und so weiter. Und natürlich der Begriff Entfremdung. Immer wieder taucht er auf in unserem Leben, schon sehr früh in der Philosophie beschrieben, beispielsweise Marxismus, die Entfremdung des Fließbandarbeiters, des Fabrikarbeiters, des Industriearbeitenden, der einfach eine sehr, sehr monotone Tätigkeit macht, die ihn als Mensch entfremdet und seinen grundlegenden menschlichen Bedürfnissen nicht Rechnung trägt. Und das ist so die Frage, was sind unsere grundlegenden menschlichen Bedürfnisse? Sind sie wirklich ganzheitlich angelegt, indem wir alles vollziehen können, alles produzieren können, Produktionsabläufe überblicken können, Verwandtschaftsverhältnisse durchblicken, damit umgehen? Also wenn du dir so eine kleine dörfliche Gemeinschaft vorstellst, wie sie auch vormals existiert oder immer noch auf der Erde auch existiert, in den Kulturen, wo man alles nachvollziehen kann, wo man weiß, wie die Milch gemacht wird, wie man eine Kuh melkt, wie die Kuh aufgezogen wird, wie sie mit Heu gefüttert wird, wie man aus der Milch Käse macht, wie man dann den Käse reifen lässt und ihn dann isst und gemeinsam zelebriert in der Verwandtengemeinschaft, in der Gemeinschaft der Menschen, die in diesem Dorf zusammenwohnen oder wo man den Pfarrer kennt und der Pfarrer zelebriert. Das Kirchliche und all das ist so eine selige, wenn ich es mal übertrieben formuliere, Einheit, die man sehen kann. Das eine kommt von dem und das andere hat mit dem zu tun, aber es ist summa summarum eine runde Welt, die sich ergibt, die natürlich beschränkt ist, weil es eben nur dann dieses idyllische oder vermeintlich idyllische dörfliche Leben ist. Und hier jetzt plötzlich oder immer wieder auch, egal wo wir, mit welcher menschlichen Thematik wir uns beschäftigen, diese Begriffe Spaltung, Fraktionierung und Entfremdung. Jeder von uns hat immer weniger einen persönlichen Überblick über das Geschehen, in dem wir täglich miteinander leben und auch funktionieren und auch glücklich sind oder unglücklich sind. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, der tatsächlich immer präsenter wird. Wir haben kaum noch einen persönlichen Überblick. Wir können nicht nachvollziehen, woher tatsächlich und unter welchen Bedingungen, wenn ich jetzt das Beispiel Milch nehme von der Kuh herkommt. Wir wissen, das ist Milch, die kommt von der Kuh, das wurde erzählt oder das können wir in Filmen sehen. Und das haben wir vielleicht noch in der Kindheit mitbekommen oder mal in der Idylle eines Bauernhofs im Urlaub. Aber wir können es nicht mehr nachvollziehen, wie dann die Milch letztendlich UV-bestrahlt, haltbar im Tetra-Pack erscheint. Also dieser Produktionsverlauf, diese Produktionsprozesse sind nicht mehr klar. Und das gilt eben für alle anderen Dinge auch. Egal, ob wir in die Medizin schauen, ob wir in die Technik eines Autos schauen, ob wir in die Produktion von Strom und Energie schauen und so weiter. Wir sind uns dessen bewusst, das heißt, wir bekommen immer wieder erzählt, dass diese Dinge so existent sind und dass sie auch funktionieren, dass wir denen, Achtung, ganz wichtiger Begriff, vertrauen können, weil es so ist. Aber wir haben es nicht mehr in der unmittelbaren persönlichen Anschauung und damit in der unmittelbaren persönlichen Erfahrung und damit eben auch den persönlichen Überblick, mit dem wir uns persönlich identifizieren. Das heißt, das Nachvollziehbare der früheren Zeiten, wie ich es in dem Eingangsbeispiel kurz erläutert habe, ist in dem Sinne entfremdet, dass kaum noch jemand weiß, woher und wohin es geht, woher es kommt, wohin es geht, wie es gemacht ist, wer daran beteiligt ist, was vielleicht im Hintergrund ist und was nicht, wer daran möglicherweise manipuliert. Und Achtung, das ist so der Argwohnfaktor bei dieser Entfremdung oder Fraktionierung oder Spaltung. Traue ich noch der Welt? Traue ich dem Finanzsystem, wenn ich jetzt da hineinspringe in das Beispiel der Geldwelt? Geldpolitik wurde ursprünglich deswegen eingeführt, weil man einen freien Tauschwert hatte, nicht, weil ich nicht alles unmittelbar und direkt tauschen musste, was ja sehr komplex sein kann, sondern dass ich dann Geld dafür bezahlt habe und auch wiederum mir bezahlt wird und all das und ich das dann eintauschen kann. Aber Finanzwelten sind in der heutigen Zeit sehr diversifiziert und damit sind wir in einem starken Phänomen der Fraktionierung, der Entfremdung und in der Spaltung angekommen, zu sagen, wer blickt denn noch in Finanzwelten durch und wer jongliert da oder wer gibt sich da Geld in die Tasche oder welche einseitigen algorithmischen Bedingungen gibt es da? Also niemand weiß, woher und wohin und wie es genau läuft und in welchen persönlichen Kontakten und Prozessen die Dinge abläufen. Du musst zunehmend oder der Mensch, der Gegenwart, muss zunehmend vertrauen oder eben auch nicht vertrauen in das, was einfach da ist, an dem er oder sie mehr oder minder fraktioniert, also gespalten, teilnimmt oder teilweise teilnimmt. So ist es ja. Wir nehmen teil, das sagt ja schon der Begriff auch, aber eben nur in einer teilweisen Möglichkeit, in einer sehr fraktionierten Möglichkeit. Das heißt also in einem unmittelbaren Spot dessen, was jetzt gerade läuft, aber der Prozess an sich ist dunkel. Und weil er dunkel ist und wir ihn nicht mehr nachvollziehen können und nicht mehr direkt beteiligt sind, sind wir entfremdet und können dadurch in eine Vertrauens, nenne ich mal, können in eine Vertrauensphänomenologie hineingeraten. Also ich vertraue, vertraue blind oder vertraue eben gar nicht, wenn ich beide Extremwerte nehme. Entfremdet sind schon kleine Tätigkeiten in unserem Leben, deren tiefe Inhalte und Nachvollziehbarkeiten wir nicht mehr erkennen und nicht mehr wissen wollen und auch können. Wir wären auch sehr überfordert, wenn wir diese komplexe Welt, in der wir alle miteinander leben, stets erklären könnten und nachvollziehen können. Und ich betone hier nochmal persönlich, aus persönlicher Erfahrung und persönlicher Identität nachvollziehen können, darum geht es. Also diese persönliche Identifikation, die wir dadurch gewinnen und die uns natürlich dadurch auch in eine Proportion versetzt, wo wir sagen können, so ist die Welt, die ist überschaubar und die kann ich nachvollziehen und zur Not kann ich selber Hand anlegen, um dies oder jedes tun zu können, wenn jemand ausgefallen ist. Also wenn du jetzt zurück in diese dörfliche, kleine, idyllische Gemeinschaft denkst. Das heißt, kleine Welten gibt es nicht mehr, sondern es gibt zunehmend eine komplexe und globale Welt, in der wir alle miteinander zunehmend global operieren, auch in der Sprache operieren, in den Verkehrswegen, in den Kommunikationsmöglichkeiten und all dem. Und da fällt uns natürlich unser berühmtes Handy ein, das ich jetzt auch vor mir habe und mit dem ich hier operiere gerade, als virtuelles Organ, als Sprachorgan, als Verteilung meiner selbst in der deutschen Sprachwelt und dadurch erweitert bin. Das heißt, das Handy oder diese digitalen Instrumente, wie auch immer sie in Zukunft aussehen werden, und in naher Zukunft wird das sicherlich das Handy bleiben, also in absehbarer Zeit noch bleiben, für über einige Jahre hinweg, ist es zunehmend ein virtuelles Organ unserer persönlichen Erweiterung, also dessen, was von der Welt auf uns persönlich eindringt, und auf der anderen Seite das, was von uns, wie jetzt gerade das, was ich mache, in die Welt hinausgeht. Das ist sehr interessant. Und insofern erweitern wir uns ganz fulminant eigentlich, also mehr, als uns eigentlich oft im Alltag bewusst ist. Natürlich das Wissen, dieses umfangreiche Wissen, das wir stets empfangen oder an dem wir teilnehmen können, an dem wir Interesse haben, wie auch immer das Wissen aussieht, dem wir persönlich glauben und vertrauen müssen. Das Wissen, das uns von Experten, Wissenschaftlern, sonstigen Menschen, egal in welche Wissensbereiche wir hineinschauen, angetragen wird, das wir aber nicht mehr nachvollziehen können. Und schon alleine Quellenkunde ist heute sehr komplex geworden, das weiß jeder, der mal im Studium erlebt hat, wie er Quellen oder Ursprünglichkeiten nachvollziehen muss, und welche Recherchearbeit und welcher Aufwand dafür notwendig ist, um das einigermaßen schaffen zu können. Bleibt oft nur zu sagen, okay, ich kann nur abschreiben oder vermuten, dass der das so meinte. Und dann kommt diese Paste-and-Copy-Mentalität, weil es einfach sehr komplex ist. Das heißt, wir müssen zunehmend persönlich glauben und vertrauen in eine solche Welt, die sich so erweitert. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wir müssen immer mehr glauben und vertrauen und komplexe Dinge, an denen wir längst nicht mehr beteiligt sind, sondern meistens nur tendenziell virtuell. Also von dem Wissen, das einfach verbreitet wird, von der Information, den Informationen, die verbreitet werden, vertrauen oder eben nicht vertrauen. Das heißt also eigentlich auch wiederum, das ist sehr interessant, intuitiv ahnen, dass es so ist oder anders ist. Also Plus oder Minus. Und insofern zeigt sich vielleicht hier das zunehmende Phänomen, dass viele Menschen nicht mehr vertrauen, weil sie einfach nicht mehr persönlich gemeint sind und nicht mehr persönlich einbezogen sind, sodass sie es selber sehen und sich davon überzeugen können, dass es so ist oder eben anders ist. Also dieses Phänomen Vertrauensverlust und Argwohn oder eben ich traue dieser Welt, weil es ja auch die Welt ist, an der ich teilnehme und beteiligt bin und wir sind alle zusammen, mehr zusammen als je zuvor in dieser komplexen Globalisierung. Und damit wächst ja eigentlich auch die Persönlichkeit, jedes einzelne Individuum in etwas Zusammenhängendes hinein. Wenn auch fraktioniert, ganz sicherlich und damit auch entfremdet, aber eben doch in etwas Gemeinsamen, auch wenn es dann gespalten ist. Und trotzdem nehmen wir an allem teil oder sind durch alles auch tatsächlich bedingt letztendlich. Wenn wir dann zurückkommen auf die normale oder auf einfachere psychologische Ebenen, dann wissen wir alle samt, die wir uns mit dem Thema hier beschäftigen, dass ein Mensch oder wenige Menschen nie alle Bedürfnisse erfüllt, die wir haben oder die wir haben könnten. Niemals. Und allein das ist schon ein fraktioniertes Phänomen, dass heutzutage Tendenzen bestehen, zu sagen, ich gehe so auf eine Website, in der ich jetzt sexuelle Kontakte haben kann und eine sehr schnell sexuelle Befriedigung kriege, durch das plötzliche und unmittelbare Erfüllen dessen, aber ich möchte mit dem Partner jetzt keine erfüllte Liebesbeziehung haben, schon gar keine Ehe und vielleicht auch gar keine Kinder. Also so ein umfangreiches Paket eigentlich unserer Beziehungsvorstellungen, die wir rudimentärerweise oder traditionellerweise noch haben, sondern es ist zunehmend fraktionierter. Und dann gibt es den Menschen, mit dem ich mich unterhalte, dann gibt es Menschen, mit denen treffe ich mich bei der Bildung und mit anderen gehe ich wiederum wandern oder Fahrrad fahren oder Gott weiß was. Aber es werden immer wieder unterschiedliche Menschen sein. Und das könnte jetzt gerade so, das kommt mir jetzt sehr stark, wenn ich das so hier bespreche, das könnte wirklich sich weiterentwickeln in der Art, dass immer alles fraktionierter wird. Also in dem Sinne, der eine ist da, der andere da und so weiter. Ich nehme aber niemals oder habe niemals den Anspruch, alles auf einmal noch überschauen zu können oder von einem Menschen erfüllt zu bekommen, wie auch umgekehrt es den anderen Menschen dann mit mir so geht, dass ich nicht alles für die erfüllen kann. Und das ist die Frage, trägt das die Menschheit oder halten wir das als Menschen aus, funktioniert das oder haben wir dadurch nicht noch mehr Probleme dieser Spaltung und Entfremdung und damit Fraktionierung. Es gibt also dies und jenes. Und an was wir natürlich, je vernetzter wir sind, je vernetzter wir an einer solchen Welt teilnehmen sehen, es erzeugt Begehrlichkeiten und Bedürfnisse. Und wir sehen, oh, die Welt ist groß und es gibt noch dieses und jenes zu entdecken und all das. Und so entstehen ja auch im Wirtschaftsleben die Diversitäten. Alles ist divers. Ich kann auswählen zwischen unterschiedlichsten Produkten und die Produkte werden immer diverser und unterschiedlicher. Das gilt ja nicht nur für materielle Produkte, sondern zunehmend auch für ein immaterielles Wissen oder ein immaterielles, ein spirituelles Bewusstsein und so weiter. Wir existieren also in sehr unterschiedlichen Parallelwelten, die immer unüberschaubarer werden und damit tatsächlich in dem Sinne gespalten sind. In Parallelwelten, wo möglicherweise, und ich stelle hier nochmal die Frage, diese ganzheitliche Proportionierung fehlt, die wir als Menschen auf jeden Fall in der Vergangenheit brauchten, um gesund zu sein, um uns wirklich wohl zu fühlen, oder ist es tatsächlich nur das Phänomen, wir erweitern uns gerade und nichts weiter. Und die Erweiterung bedeutet, es nimmt etwas zu und deswegen muss ich von mir etwas, weil ich das nicht persönlich erfüllen kann, abgeben. Oder ich muss es loslassen. Oder ich muss dem trauen. Oder diese Geräte werden zunehmend Geräte für uns selbst, von uns selbst. Das Handy ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Es ist schon lange nicht mehr der Laptop oder der PC, den wir haben, sondern das Handy, das in jeglicher Lebenssituation, auch im Wasser und in der Nacht und Gott weiß, wo es an uns klebt, mehr oder minder, und an dem wir teilnehmen und uns zur Not immer wieder darin versenken, wenn wir gemeinsam am Tisch sitzen, wenn wir das mal so betrachten und ehrlich sind. Das heißt, das Individuum, die Persönlichkeit, wird durch all das omnipräsent. Natürlich auch zu einem großen Teil nur virtuell. Die Frage ist auch nochmal hier, trägt diese Virtualität oder sind wir da zunehmend entpersönlicht? Also entpersönlich in dem Sinne, dass wir nicht wirklich dinglich, sinnlich mit jemand sind und zusammen sind in einer Gemeinschaft und all dem. Und dadurch sind wir auch mental immer mehr gespalten. Das würde heißen, wenn wir das weiterdenken, dass die Spaltung notwendig ist, um nicht alles ständig parat zu haben und bewältigen zu können. Und ich sagte es bereits, aber die Spaltung kann eben auch problematisch werden, weil ich dann nur noch einseitig bin oder nur auf eine bestimmte Art und die hält nicht lange. Und dann kommt wieder was anderes, dann kommt ein Sprung in eine andere Spaltungsperspektive hinein oder Fraktionierungsperspektive hinein. Und wenn wir zum Schluss kommen, was passiert dann aus all dem? Das sind ja alles Denkanstöße hier. Das Prinzip ist, sich auf etwas einzulassen, an etwas Interesse zu haben, es über einen gewissen Zeitraum verfolgen zu können, sich hinein zu vertiefen, um es dann aber, weil es so komplex ist, loszulassen, um wiederum dann in etwas anderes einzutauchen, also auch etwas sehr Innigliches, Persönliches und Intimes, um es dann wieder loszulassen und auf die Art und Weise die Welt immer wieder wahrzunehmen als nicht vollkommen schöpferische Gesamtperspektive, denke an das Eingangsbeispiel der kleinen Welt, sondern zunehmend als größere Welt, in die wir hineingehen, wieder hinausgehen, wieder hineingehen und so weiter. Also in dem Sinne eigentlich als Menschen mehrfach werden oder vielfach werden, aber unsere früher so wichtige oder vermeintlich früher so wichtige persönliche Identität, unsere Teilhabe an einem überschaubaren Leben nicht mehr stattfindet, sondern erweitert ist. Also insofern eine positive Spaltung, wenn ich das so denke, jetzt entstehen könnte, sich zu verteilen, aber ja, die Herausforderung ist eben, ertragen das die Menschen, erträgt das die Spezies Menschheit, wir als Menschen, oder führt das noch zu mehr Verwirrung, Argwohn, Misstrauen, Paranoia, Präparanoia, all diesen Phänomenen, die ja viel stärker geworden sind in den letzten Zeiten. Und wie ist das also mit dem Thema, wenn du dir das überlegst für dich, jetzt vielleicht als Gedankenanstoß, der Spaltung, Fraktionierung und Entfremdung. Oder, wie gesagt, wird nur alles umfangreicher.